Das ist das Alten- und Pflegeheim von Weizenkirchen. Es wurde zuletzt 1995 generalsaniert und erweitert. Es entspricht den Normen für Pflegeheime nicht und darf nicht weiter betrieben werden. 2021 soll es abgerissen und am selben Standort neu gebaut werden. Wie es zu dieser Entscheidung kam und welche Varianten zur Verfügung standen, erklären wir euch in diesem Video. Variante 1 Abriss und Neubau am selben Standort Die Summe aus Baukosten, Abrisskosten, Abschreibung des bestehenden Gebäudes, Rückzahlung der Restschulden und Miete für zwei Jahre in Bram betragen 15,2 Millionen Euro. Die Adaptierungskosten und die Mehrkosten für die zweifache Übersiedlung sind uns nicht bekannt. Variante 2 Sanierung Ist etwas günstiger, die Abrisskosten entfallen teilweise. Dafür sind Kompromisse beim Bau notwendig. Die Summe macht in diesem Fall 13,6 Millionen Euro aus. Variante 3 Neubau an einem anderen Standort Die Baukosten werden wie bei Variante 1 und der Grundkauf mit 600.000 Euro angenommen. Das bestehende Gebäude kann weiter genutzt werden. Die Umsiedlung nach Bram entfällt. Summe 12,2 Millionen Euro. Sehen wir uns alle drei Varianten im Vergleich an. Stoppen Sie nun das Video und überlegen Sie, welche Variante Sie wählen würden. Welche Variante haben Sie gewählt? Vermutlich Variante 3, so wie wir. Und der Gemeinderat von Weizenkirchen? Dem wurde die Entscheidungsgrundlage in dieser Form nie vorgelegt. Durch eine interne, unzureichend begründete Vorentscheidung für den bisherigen Standort schied die Bestvariante 3 von vorheran aus. Von den verbleibenden Varianten entschied sich der Gemeinderat für Variante 1. Die Folgen dieser Entscheidung sind unter anderem Mehrkosten von 3 Millionen Euro, Vernichtung von Ressourcen und massive Belastungen für Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und Personal. Aber davon erzählen wir euch in unserem nächsten Video. Wir sehen uns beim nächsten Video.